Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem Thema, das jetzt schon irgendwie so eine Weile in Star Stable umherschwebt, über das man nicht wirklich reden möchte, aber dass ich definitiv finde, dass man es mal ansprechen sollte und das ist die aktuelle Lage von Star Stable, das ist das vielleicht bald bevorstehende Ende, Schrägstrich riesige Veränderung, Schrägstrich keine Ahnung, was daraus werden soll von Star Stable und damit willkommen zu diesem Video. Als allererstes, worum geht es eigentlich? Es seit einer Weile kursieren Gerüchte, Behauptungen über Star Stable, dass es Star Stable nicht besonders gut geht. Und was ist eigentlich Fakt davon, wie geht es Star Stable, darauf gehen wir jetzt ein. Als allererstes haben wir von Star Stable hier so den Bericht, so wie es Star Stable die letzten Jahre so ging, alles hier natürlich in Kronen, aber wir können ungefähr sagen, das ist so ein Sechstel von den Sachen in Dollar jeweils. Und da können wir sehen, das sind die Zahlen, die Star Stable auch selber veröffentlicht hat und da sehen wir auch selber, dass Star Stable eben über die Jahre sehr, sehr viel gewonnen hat. Hier sehen wir zum Beispiel, ich übersetze das Ganze mal auf Deutsch, hier sehen wir Betriebsgewinn, die Umsatzveränderung und da sehen wir auch, dass es gerade hier in dieser Zeit so um Corona plötzlich einen mega Anstieg gab und Star Stable hat richtig viele Kronen, das sind ungefähr so, was war das, 44 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Was gar nicht so viel ist, wenn man bedenkt, was sie eigentlich eingenommen hat, nee, Umsatz gemacht, genau. Wenn man bedenkt, das war so zu der Corona-Zeit, wo das Star Stables absolutes hoch war und danach ging es bergab. Und zwar nicht ein bisschen, danach ging es krass bergab. In 2021 war erstmal schon das Ganze ein ganz schönes bisschen nach unten, direkt mal um fast 10 Prozent. Doch das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht das Ding, was gerade aktuell bei Star Stable passiert. Gestern ist es dann soweit gewesen. Star Stable hat einen ordentlichen Block an Mitarbeitern rausgeschmissen, vielleicht der unpassendste Zeitpunkt meiner Meinung nach überhaupt. Denn gerade wenn sie ihr großes Update machen, ist es vielleicht nicht das Beste, zu dem Zeitpunkt einen Großteil der Belegschaft rauszuschmeißen. Worüber reden wir eigentlich als Großteil? Der Großteil ist 30. Star Stable hat gestern 30 Mitarbeiter gekündigt. Ein Großteil der Mitarbeiter waren im Social-Media-Bereich, aber auch noch einige andere. Unter anderem hat es auch Marc erwischt, den derzeitigen oder jetzt nicht mehr Leiter der Social-Media-Abteilung. Übrigens, der neue Leiter der Social-Media-Abteilung war der bisherige Leiter der PR-Abteilung, also derjenige, der so Kontakt hat mit den Werbepartnern und allem und der. Dieserjenige macht jetzt beides, Social-Media und PR zusammen und macht jetzt Social-Media zum allerersten Mal. Also zu der Zeit, wo jetzt überall die Leute ihre Probleme an Social-Media schreiben, ist das halbe Team davon locker gekündigt worden. Aber warum ist das alles so? Wie sieht das alles aus? Und so weiter. Es gibt da so ein paar Posts eben auch hier von Eleanor N.W. auf ihrem Discord. Ist das nämlich auch rumgegangen? Und da sieht man nämlich auch nochmal Bezug auf die Berichte, die ich euch gleich nochmal raushauen werde. Und da sehen wir ja der Star Stable nämlich von 2020 dann nämlich auf 2021 von ihren 44 Millionen Dollar, die sie hatten, nämlich dann runtergegangen sind auf 17 Millionen Dollar. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist nur noch ein Drittel. Die sind auf ein Drittel runtergegangen und es wird vermutet, dass 2022 nämlich die Kurve nicht gekriegt hat, sondern es dadurch auch noch sogar weiter runtergegangen ist. Dass es nicht auf diesen 15 Prozent, nee, auf diesen ein Drittel, wo sie dann jetzt sind, auf diese 30 Prozent runter, dass es darauf nicht geblieben ist, sondern dass sie sogar noch tiefer sind. Also jetzt auf 15 oder vielleicht sogar schon nur noch 12 Millionen Dollar Gewinn sind. Und warum ist das so? Naja, hier wird vermutet, dass es dadurch angefangen hat, dass Star Stable nämlich einfach, hier steht es nämlich auch, dass die Leute nämlich einfach, dass es deswegen, because barely anyone talking about this and I think we need to be aware of the situation, genau, keiner redet nämlich darüber und hier wurde nämlich gesagt, Star Stable hat dadurch so krasse Einbrüche gehabt, dass sie nämlich an diesem Zeitpunkt angefangen haben, dass sie nämlich einfach darauf, die Leute nicht gehört haben und dass die Community zu diesem Zeitpunkt auch angefangen hat, über ihre Probleme zu reden und darüber zu reden, was Star Stable falsch macht. Erinnert euch zurück an die Monate, wo Leute dann gar keine Star Coins ausgegeben haben aus Protest und Star Stable hat dazu gar nichts gemacht. Woher kommt das Ganze eigentlich und was, glaube ich, was die Zukunft ist? Wenn wir mal hier auf die Star Stable Seite, das ist übrigens dann offiziell Star Stable, wo Star Stable darüber geredet hat, was sie gemacht haben, wie sie gemacht haben und was auch immer. Star Stable hat selber dazu geschrieben, dass sie nämlich in der Gewerkschaftsverhandlung damit begonnen haben, darüber zu reden und am 7. Juni stand fest, dass sie insgesamt etwa 15% der Festangestellten kündigen. Und wenn wir nämlich darauf aufschauen, nämlich bei Star Stable, dann sehen wir nämlich hier, dass Star Stable 172 Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt hatte. Innerhalb dieses Leaks gehen sie von 280 aus, glaube ich war es. Das heißt, 15% sind eigentlich genau diese 30 Mitarbeiter. Sie haben geschrieben, es war eine schwierige Entscheidung, aber es ist notwendig, das Unternehmen angesichts neuer Marktbedingungen die richtige Bedingung zu bieten. Letztes Jahr haben wir eine kleine Umstrukturierung durchgeführt und mit der Implementierung neuer Arbeitsweisen begonnen, um effizienter zu werden und uns noch klarer auf unser Spiel Star Stable online zu konzentrieren. Sie haben in den letzten Jahren versucht, dieses Teambildungsmäßige, was sie davor hatten, in bessere Richtungen zu bringen. Wenn sie das meinen, kann das gut sein, aber das war nicht die geilste Umstrukturierung, weil das immer noch dazu führt, dass in dem Team die Leute andauernd an neuen Projekten arbeiten. Auf jeden Fall schreiben sie, ich bin davon überzeugt, dass Star Stable eine glänzende Zukunft hat und dass wir ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zurückkehren werden, indem wir weiterhin ein Weltklasse-Produkt liefern, das unsere Gaming-Community liebt. Dazu können wir sagen, zurückkehren heißt natürlich auch hier, dass es derzeit um Star Stable sehr, sehr schlecht geht und Star Stable versuchen muss, wieder diese Kurve zu kriegen. Das kann man auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen. Auf jeden Fall, Star Stable Entertainment wird den betroffenen Mitarbeitern aktiv helfen und sie dabei unterstützen, eine zukünftige Anstellung zu finden. Und genau, das ist eben die aktuelle PR und Community Managerin, das ist Therese Forssell-Lagerstrom, wie auch immer, ich kann es gar nicht genau aussprechen. Auf jeden Fall ist sie nämlich aktuell, hier sind noch Directors für PR, Communications und Events und aber auf der Star Stable-Seite selber steht sie schon auch als Head of Social Media. Auf jeden Fall, was heißt das alles und was gibt es noch für Informationen? Lustigerweise ist eine ähnliche Pressemitteilung zu derselben Zeit rausgekommen und diese war nämlich, dass Star Stable sich vergrößern möchte. Und Star Stable ist nämlich am 1.6., also 5 Tage, 6 Tage vor diesem Zeitpunkt, hat Star Stable eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass das Spieler-Unternehmen in ein neues Haus umzieht, was 1.275 Quadratmeter hat. Ist übrigens gar nicht so weit weg von ihrem aktuellen Hauptquartier, aber deutlich größer. Und was kann das alles bedeuten, warum macht Star Stable das? Star Stable wird im Herbst umziehen, was kann das bedeuten, wie auch immer, darauf gehen wir jetzt nochmal ein. Das allererste ist, wir wissen nicht, das eine war direkt in der Mitte von Stockholm, das hier ist an einem Randbereich, könnte deutlich preiswerter sein und kostengünstiger dann von der Unterbringung her. Das könnte es sein, aber da ist noch ein kleiner Nebenpunkt hier nämlich erwähnt, dass im selben Unternehmen nämlich, wo das dort ist, Paradox und Epic Games, in dem selben Block ansässig. Was könnte das bedeuten? Es könnte bedeuten, dass Star Stable aufgekauft wird und Star Stable dann Teil der Epic Games Gruppe wird oder Paradox. Paradox glaube ich nicht, das ist nicht so der Bereich eigentlich. Aber Epic Games würde eigentlich sehr gut passen. Um jetzt den ganzen Weg und alles rum zu schließen, um euch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, die ihr safe haben werdet, wenn ich das Video das Ende von Star Stable nennen werde. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, echt keine Ahnung, ob ich das anders nennen soll, wenn ich über dieses Thema rede. Ja, gut. Worum geht es alles noch? Also, wir haben einerseits die Info, dass Star Stable derzeit sehr hohe Verluste einfährt, dass Star Stable die Mitarbeiter rausschmeißt, dass Star Stable Kosten einspart. Und sind wir mal ehrlich, das Update gestern hat nicht dazu geführt, dass die Leute zurückkommen, sondern eher, dass mehr und mehr und mehr Leute gehen. Welche Möglichkeiten sehe ich? Welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft von SSO? Möglichkeit Nummer 1. Star Stable kriegt die Kurve. Alter, was war das denn? Möglichkeit Nummer 1. Star Stable kriegt die Kurve. Das ist natürlich die beste Möglichkeit für SSO selber. Sehe ich das sehr wahrscheinlich. Derzeit glaube ich nicht daran. Denn das Update, was sie jetzt haben, müssen sie irgendwie erstmal wieder auf die Reihe bekommen. Und dann müssten sie die ganzen verlorenen Leute, die sie derzeit damit vergrault haben, irgendwie wieder ins Boot holen. Möglichkeit Nummer 2. Der drastischste Weg. Star Stable endet. Als ein MMO endet ein MMO immer dann, wenn es unlukrativ ist. Wenn es sich nicht mehr lohnt weiterzuführen, wie Star Stable derzeit natürlich der Fall ist. Wie endet ein MMO? Naja, die Server werden einfach abgeschaltet. Man kann sich nicht mehr ins Spiel einloggen. Und übrigens, da ich die Frage schon oft gelesen habe. Nein, ihr habt dann kein Anrecht auf euer Geld zurückzubekommen. Ihr bezahlt Star Stable monatlich oder eben Lifetime mäßig dafür, um das Spiel so lange zu nutzen, wie es existiert und eben nicht darüber hinaus. Also würdet ihr dann gar nichts zurückbekommen, wenn Star Stable endet. Möglichkeit Nummer 3. Für mich die wahrscheinlichste Möglichkeit. Star Stable wird aufgekauft. Wenn ein Spiel aufgekauft wird, gibt es oftmals eine Umstrukturierung. Das heißt, Star Stable würde dann bei wahrscheinlich einer Übernahme von Epic Games ein komplettes anderes Bezahlmodell werden. Das heißt, Star Stable würde dann komplett Free-to-Play. Und guckt dann, dass es sich in-game anders finanziert. Epic Games hat schon viele andere Games aufgekauft. Sie dann zu Free-to-Play Titeln gemacht und versucht, anders aus ihnen Geld zu machen. Das ist meiner Meinung nach das Wahrscheinlichste, dass Star Stable doch einen sehr einzigartigen Markt innehat. Und dadurch natürlich es sich lohnen würde, das Ganze zumindest auf eine gewisse Zeit lang zu probieren. Bevor man eben dann doch, wenn man merkt, es geht halt nicht, das Spiel dann doch abstößt. Das heißt, Star Stable könnte am Ende des Jahres eine Umstrukturierung erfahren und dann ein ganz anderes Bezahlmodell. Ist das schlecht? Nein, ist es nicht. Vielleicht ist sogar das der Punkt, der Star Stable komplett wieder neues Leben einverleibt und Star Stable damit rettet. Denn wir haben oft erlebt, dass Star Stable Entertainment selber sehr, sehr verbohrt ist und einfach sich von außen nicht viel sagen lässt. Und da ist Epic Games ganz klar anders. Von daher könnte das auf einem guten Weg gehen. Will ich euch jetzt hier mit Angst machen? Nein, aber da es überall in den Medien derzeit, nämlich in der Hintergrund, überall kussiert, finde ich es wichtig, darüber zu reden, um euch einerseits zu sagen. Habt erstmal keine Panik um eure Accounts, um eure Charaktere. Star Stable selber hat ja veröffentlicht, sie arbeiten daran und werden davon und sie sind überzeugt davon, dass Star Stable noch eine glänzende Zukunft hat. Zumindest sind sie davon derzeit scheinbar noch so überzeugt, dass sie es offiziell announcen. Das heißt, Star Stable wird nicht innerhalb des nächsten Jahres irgendwie verschwinden. Dennoch scheint Star Stable Möglichkeiten zu haben, das Ganze zu retten. Auf die eine oder die andere Weise. Was wir, wenn wir realistisch sind, aber sagen müssen, ist, Star Stable muss etwas ändern. Das ist ganz klar. Ich hoffe, dass sie es schaffen werden in der näheren Zukunft. Denn ansonsten ist die Zukunft von Star Stable wirklich keine gute. Und daher kann ich euch sagen, habt erstmal keine Panik. Star Stable wird nicht in näherer Zukunft verschwinden. Aber dennoch muss man sagen, Star Stable muss etwas ändern. Von daher, das Ende von Star Stable steht akut nicht bevor. Aber dennoch war es noch nie so krass, wie es derzeit ist. Und Star Stable muss wirklich jetzt wach werden. Ansonsten ist es absehbar, wann sich einiges beim Star Stable tun wird. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis dann. Bis dann. Bis dann. You make me feel high, love